Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht es gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 19.000 US-Dollar. Sehr, sehr schwache Märkte, nicht nur die traditionellen Märkte, auch die Kryptomärkte geben etwas nach. Wir sind zwar jetzt nicht mega gedammt jetzt über die letzten 24 Stunden trotzdem. Wir kämpfen hier um die 19.000 US-Dollar Marke. Wie es jetzt weitergeht, das besprechen wir im heutigen Video. Weiterhin habt ihr auf jeden Fall die Chance hier diese Bitbox BTC-Only zu gewinnen. Dafür einfach das letzte Video bzw. hier dieses Video, diese Altcoins jetzt kaufen, Nummer 3 oder Altcoin-Update. Einfach kommentieren und dann seid ihr dabei, wird am Wochenende dann ausgelost. Dazu jetzt genug Werbung, bevor wir starten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. So, jetzt aber zu den Charts. 19.000 US-Dollar, wir sind am Wochenende in der Range zwischen 19.300 und 19.600 US-Dollar getradet. Wenig Bewegung, wenig Stärke, kaum Volumen im Markt. Und jetzt sind wir heute nach knapp unter die 19.000 US-Dollar kurzzeitig gefallen. Jetzt kämpfen wir hier um diese 19.000 US-Dollar Marke. Wir sind hier des Öfteren immer wieder, sag ich mal, haben immer wieder hier Support gefunden. Das würde jetzt auch jetzt entscheiden werden, ob hier überhaupt genug Kaufkraft auch mal reinkommt. Wir haben im RSI deutlich überverkauft mittlerweile. Nicht nur auf den 1-Stunden-Stunden-Stionen, sondern auch hier auf dem 4-Stunden-Chart. Wir haben aber noch im 1-Stunden-Chart, um das auch mal klarzustellen, weiterhin eine Bullish Divergence. Das muss man einfach dazu sagen. Man sieht es hier, wir bilden tiefere Tiefs im Chart, bilden aber höhere Tiefs im RSI. Also das ist so diese kleine Funken-Hoffnung, der uns noch etwas Hoffnung geben kann, Dann sage ich mal zumindest, dass wir weiterhin hier diesen Bereich von 19.700, diese kleine Ineffizienz oder auch dieses Void hier oben noch einmal antesten. Ansonsten schauen wir mal ganz kurz auf den Daily Chart bzw. schauen wir mal ganz kurz darauf, was steht eigentlich diese Woche an und zwar die Inflationsdaten am Donnerstag. Die Erzeugerpreise stehen am Mittwoch an, das könnte schon mal so ein kleiner Vorbote sein, wenn die wiederum höher ausfallen als sonst, dann könnte natürlich auch die Inflation ein bisschen höher ausfallen. Wir hatten aktuell eine Inflation von 8,3%, die Prognose liegt bei 8,1%. Also da müssen wir wirklich aufpassen, sollte die Prognose, sage ich mal, übertroffen werden, das heißt, die Prognose geht tiefer, also halt besser als erwartet, könnte das für die Märkte Impulse geben. Das heißt, Fett wurde bestätigt und so, wir müssen vielleicht nicht mehr doch so sehr die Zinsen erhöhen. Und sollte natürlich die Inflation, sagen wir jetzt auch bei aktuell 8,3% bleiben oder stagnieren, dann sieht das Ganze schon ein bisschen kritischer aus und dann rechne ich im Endeffekt genauso, wie es vor vier Wochen auch mal war, mit einem größeren Dump. Was man aber auch dazu noch sagen muss, was man hier nicht außer Acht lassen sollte, Bank of England verdoppelt ihre Anleihenkäufe von 5 Milliarden, glaube ich, auf 10 Milliarden. Frankreich will die Inflation mit weiteren 100 Milliarden bekämpfen, also man bekämpft die Inflation mit zukünftiger Inflation natürlich sehr, sehr gut. Also das heißt, die Druckermaschinen laufen langsam wieder an. Die Frage ist, wann wacht die USA auf und wann fängt die USA mit dem ganzen Krampf wieder an. Ja, schwierige Zeiten, aber das wird auf jeden Fall die Woche anstehen. Da werden wir auf jeden Fall einen Blick drauf werfen und vielleicht sogar spontan live streamen. Müssen wir mal schauen, wie ich Zeit habe und so. Aber gut, ja, Daily Chart, wir sind aus unserem Falling Wedge Chart Pattern ausgebrochen. Also das, was wir jetzt hier schon seit Wochen, Monaten hier immer wieder im Blick hatten, sind wir auf dem Daily Chart zumindest ausgebrochen. Mit einem Retest hier, die Daily E-Mail Ribbons sind weiterhin Widerstand, trotzdem sind wir ausgebrochen, aber mit sinkendem Volumen. Das heißt, dieser Abtrend, den wir hier vorher gebildet haben, ich zeichne euch den mal ganz kurz ein, hier, dieser Abtrend jetzt mal grob, wurde mit sinkendem Volumen oder ist mit sinkendem Volumen einhergegangen. Das ist kein bullisches Zeichen. Wenn wir in einem Abtrend sind, möchten wir natürlich auch steigendes Volumen sehen. Das war hier nicht der Fall, deswegen sind wir jetzt nach unten hingebrochen und jetzt haben wir hier unsere Supportzone. Sollte die brechen, wäre der nächste Support im Laufe des Tages hier bei ungefähr 18.200, 18.300 US-Dollar einfach hier diese letzten zwei Tiefs hier verbinden, das wäre dann unser nächster Support. Da wird es dann natürlich interessant, weil wir dann wieder in unserem Falling Wedge Chart Pattern drin wären. So, jetzt gehen wir aber mal noch auf den Weekly Timeframe und da wird es dann, sag ich mal, ein bisschen interessanter. Und da sehen wir, im Endeffekt letzte Woche haben wir nicht drüber geschlossen aus unserem Falling Wedge. Ganz im Gegenteil, wir sind genau mit der Weekly Candle, genau hier in unserem Falling Wedge, drinnen geblieben. Mit der jetzigen, also diese Woche führen wir gerade den Retest aus, in Anführungszeichen. Und darauf kommt es meines Erachtens an. Entweder wir dampen hier wieder komplett runter, also das heißt, wir könnten auch potenziell neue Tiefs sehen. Je nachdem, wie sich jetzt die nächsten Tage verhalten, ist es natürlich eine Möglichkeit, dass wir hier auch tiefere Tiefs sehen. Das heißt, die 17.500 sind weiterhin die Marke und wenn die bricht, dann ist unser Falling Wedge auch erstmal hinfällig hier in diesem Bereich, weil das ist einfach hier unser letzter Support, 18.200, dann die 17.500 und dann sicher als nächsten Support die 16.100, 16.500 und dann wären wir sowieso wieder am Falling Wedge. Also hier, mal bitte noch nicht zu euphorisch sein. Klar, wir sind auf den kleineren Timeframes, wie auch hier auf den 4 Stunden, auf dem Daily ausgebrochen. Weekly Candle wird es aber meines Erachtens richten. Das heißt, letzte Woche innerhalb geschlossen. Diese Woche müssen wir wirklich schauen, wie es einfach dort weitergeht. Also noch nicht zu euphorisch sein. Meine Long-Position ist auf jeden Fall noch offen, die ich hier oben damals in Golden Pocket eröffnet habe bei 19.400. Die läuft auf jeden Fall noch mit einem Stop-Loss hier bei 18.800, also unter dieser grünen Box. Schauen wir mal, ob die weiterhin hält. Momentan habe ich noch ein bisschen Hoffnung aufgrund dieser Bullish Divergence, aber gut, schauen wir einfach mal weiter. Mehr gibt es momentan einfach nicht zu sagen. Die ganze Woche steht im Zeichen Erzeugerpreise, Inflationsdaten und unseres Falling Wedge. Das ist einfach das Interessante. Ansonsten, Blick auf Ethereum. Ethereum deutlich, deutlich schwächer, muss man auch dazu sagen. Die Ineffizienz auch hier bei ungefähr 1.345 nicht geschlossen, keine Kraft. Abtrend, schauen wir auch hier mal ganz kurz, wurde erst einmal gebrochen, zumindest hier diese dynamische Unterstützung. Also es sieht bei Ethereum ganz ehrlich nicht so gut aus wie bei Bitcoin. Bitcoin haben wir noch Support, Ethereum sieht momentan ein bisschen übler aus. Es kann auch sein, dass wir uns dieses Tief hier unten auf jeden Fall noch holen. Also ich habe es ja hier schon öfters angesprochen. Wir haben hier eine Menge, Menge Liquidität damals, wo unsere Kauforder gegriffen hat, bei ungefähr 1.223 US-Dollar. Also die hat ordentlich gesessen und der Markt geht halt dahin, wo die meiste Liquidität ist. Deswegen früher oder später wäre es wahrscheinlich wirklich sinnvoll, einfach hier ein tieferes Tief zu bilden, hier dann zu konsolidieren und dann einen neuen Anlauf nach oben hin zu starten. Und sowas eben, was wir seit Bitcoin auch seit Wochen, Monaten besprechen, immer dieses tiefere Tief bei 17.500, weil da eben so viel Liquidität unten liegt. Und wenn wir die abholen, können wir hier wirklich möglicherweise von dem Boden sprechen. Auch, ich bin kein Wyckoff-Fan, aber trotzdem kristallisiert sich meines Erachtens da immer mehr ein bisschen raus. Einfach diese letzte Spring-Phase. Ihr wisst, also ihr könnt euch alles dieses Wyckoff, ansonsten googelt das jetzt einfach, Wyckoff-Pattern mit dieser Spring-Phase unten. Das heißt, wir sind die ganze Zeit in einer Range, genauso wie wir es bei Bitcoin eigentlich hinhatten. Dieses Fake-Out nach oben, das waren die 24k. Dann eben dieser letzte Dump, der würde uns jetzt noch fehlen, diese Spring-Phase. Und das würde dann, sage ich mal, auch bei Ethereum dann einfach so gut passen. Und dann, sage ich mal, wirklich eine Bodenbildung und dann vielleicht die Trendwende auch mit Inflationsdaten und so. Wer weiß, das spielt da alles natürlich mit. Die Druckerpressen, ich habe es angesprochen, werden langsam immer mehr angeschmissen. Also hier kommt langsam meines Erachtens Bewegung rein. Ja, Ethereum abgeschlossen, gibt nicht viel. XRP, erste dynamische Unterstützung hier gebrochen. 4 Stunden E-Mail-Ribbons momentan als Widerstand anerkannt. Wir haben noch den Abtrend bei ungefähr 47 US-Dollar-Cents. Da wird es dann interessant, aber ich hoffe weiterhin, ganz ehrlich, dass wir uns hier noch dieses höhere Hoch droppen, beziehungsweise holen. Und dann, sage ich mal, hier in das Golden Pocket bei 41 US-Dollar-Cents fallen. Ansonsten, wir akkumulieren hier, sage ich mal, auf sehr, sehr hohem Niveau. XRP hält sich sehr, sehr gut, meines Erachtens nach, auch vom Volumenprofil her. Hier diese Akkumulationsphase, deutlich weniger Volumen als jetzt, wo wir uns hier weiterhin in diesem Abtrend befinden, muss man schon ganz ehrlich dazu sagen. Also XRP sieht für mich weiterhin momentan sehr, sehr stark aus. Trotzdem momentan eher möglich Long bei ungefähr 0,47 US-Dollar-Cents. Aufgrund dieses Abtrends, hier müssen wir mal im Auge behalten, dann auch gucken, wo ist der 200er SMA, wo ist der 200er EMA bis dahin. Aber ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut. Chainlink, hier diese kleine 4 Stunden Demandzone angetestet, bin im kleinen, tieferen Tief hier gebildet. Grundsätzlich weiterhin in einem Abtrenden, auch wenig Änderungen hier. Wir traden hier weiterhin in einer engen Range. Müssen wir uns jetzt auch nicht weiter, sage ich mal, darauf aufhalten. Was wir uns noch angucken könnten, vielleicht noch Polkadot, auch hier deutlicher, deutlicher Abverkauf. Für mich jetzt langsam wieder hier ein bisschen Nachkauf. Interessant haben wir ja schon in der Altcoin-Update darüber gesprochen. Diese grüne Kaufzone kommt immer näher. Die Range bei Polkadot hält seit Wochen, Monaten, aber auch hier müssen wir uns darauf gefasst machen, jeder, der hier kauft, dass wir hier nochmal dieses tiefere Tief bei ungefähr genau 6 Dollar bis ungefähr 5,95 Dollar sehen. Aufgrund dieses krassen Volumens, was einfach hier unten noch liegt. So, soviel dazu. Ich würde sagen, wir schauen uns auch ganz kurz die News an. Bitcoin und Smartphone, mobile Geräte können die Massenakzeptanz von Kryptowährungen fördern. Stimme ich absolut zu. Egal wo, jeder hat sein Handy dabei. Es gibt digitale Kreditkarten, digitale Debitkarten, was weiß ich. Ganz ehrlich, Binance, jeder Exchange mittlerweile bietet irgendeine Kreditkarte an. Also stimme ich auf jeden Fall zu. Wen der Artikel dabei interessiert, gerne bei CryptoGuru vorbeischauen. Und da gibt es natürlich auch noch viel, viel mehr News. Kann man verlorene Coins wiederfinden. Wenn ihr mal nicht euer Zimmer aufgeräumt habt, kann man sie vielleicht wiederfinden. Schaut euch den Artikel gerne dazu an. Nicht Spaß, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns, denke ich, dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir hören uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.